Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xylia. Ähm, ich bin ja, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin, aber ich habe eben hin zu Kopfschmerzen. Wetterumschwung halt. Ähm, und da kann es halt wirklich vollkommen, dass ich weit weniger als sonst rede. Ich rede ja auch so schon wenig, aber halt jetzt noch weniger. Ich hoffe, ihr versteht das. Es ist einfach so... Er hat das Gefühl, dass der Schädel einfach gleich mal explodiert. Und deswegen... Okay. Jo. Ich werde eben Haustiere gelesen statt Haustiere. Ich werde hier in den nächsten Kursen gehen. Ich werde hier in den Kursen gehen. Das sind die Säge der Schädel, an der sich in den Kursen vermittelt. Ich werde hier in den Kursen gehen. Ich werde hier in den Kursen gehen. Ich werde hier in den Kursen gehen. Let's look around, but be careful. Yo, I don't know. Even great warriors can't fight on an empty stomach. Of course, nor are they very effective when they're drowsy after a big meal. Ich habe keine Ahnung, wo ich landen muss, aber da ist die Tür. Ich gehe also rein. Da ist jemand. Ah ok, es ist ein Feind. Ich dachte schon. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, um betäubt zu werden. Leidet eine Figur unter Angst, wird die Betäubung auch nicht aufgehoben, wenn sie angegriffen wird. Angst wird durch Dunkelheit angegriffen beursacht. Ok. Ähm. Ich bleibe erstmal hier oben. Ich bleibe erstmal hier oben. Ich bleibe mal in Ruhe um. Wobei ich denke. Ich gehe halt einmal ganz kurz mal hier rein. Wir wissen, was da drin ist. In so einem Gang nur. Oh, so riesenviele Leute. Wir wissen, was da drin ist. Okay, hier geht der nicht mehr weiter. Ich habe keine Spitzhack bekommen. Das habe ich nicht gelesen. Was? Okay, cool. Boom. Okay, weiter geht sie nicht mehr. So. Was? Das war doch vorher nur einer gewesen, oder? Ich will gucken, wie mich die Brücke erst noch mitführt, bevor ich weitergehe. Okay. Komische Viecher. Ich seh grad, ich bin vergiftet, das muss ich jetzt mal schnell ändern. Oh. 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 Äh. So. Kampfpanzer, okay. Bus abgekrabbeln. Und hier komm ich auch wieder raus. Cool. Okay. Okay. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Kann ich da runter? Nö. Hier kann ich runter. Okay. Genau. Sonst. Jep, ist es. Ähm... Okay. Oh, hab ich eins gesehen gehabt? Oh, eine Schildi. Okay. Und ein Schmankerl. Ach, die Jugend haben wir noch gekriegt. Das war's auch schon hier. Ja, hier. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Geht doch. Okay... Ja, hier. 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 Da ist jemand drin? Oh, klopp, klopp. Das war's. Eigentlich könnte ich hier immer dieses komische Dings aktivieren, dieses, äh, mehr... Ja, mehr Erfahrungspunkte. Ich habe uns direkt ein Spiel da draußen. Ich sehe es leider nicht so ganz genau wegen Fliegengetter. Aber es hört sich so direkt so an, als wir direkt sind. Ich muss wieder auf meine Kopfkampagne, was der einfach so gut ist. Aber dann müssen wir uns wiederholen. 3 Tage lang gewittert. Also ich durchweg wieder, aber halt 3 Tage lang immer wieder gewittert und so. Ist halt manchmal dann doch auch ein bisschen anstrengend. Und sorry, wenn ich ein bisschen zu leise rede, aber es ist einfach... Wenn der Schädel brummt, da ist man nicht so froh, wenn man nicht so laut redet. Oh, okay. Und dann... Hier ist kein Speicher, kann ich eigentlich dieses... Ah. Okay. Und wenn ich jetzt sozusagen laden möchte, bin ich denke ich mal wieder hier. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber wir werden es sehen. Ich wollte nur... Zumindest jetzt erstmal kurz aufnehmen. Dann mich auch ein bisschen ausruhen und Peer nochmal weiter aufnehmen. Deswegen sag ich jetzt hier schon mal... Tschüss! Und... Einen schönen Tag noch. Und wenn es geht, bei euch weniger Kopfschmerzen... Und wenn es geht, bei euch weniger Kopfschmerzen...